Herr Ugesi, ich habe zwei Bestellungen für den Anzug. Ich mache und Sie zeigen mir. Ist gut. Ich mache es selber. Aber Sie müssen mir helfen. Also, ja. Du? Ja. Es ist nicht mein Schnitt. Oder das ist auch hier, weißt du, da ist auch weiter Feuerorten, weil ich gesagt habe, so wie ich es mache, nicht nur für Frauen. Sie können nicht die Giacke, wenn Sie nicht lernen können. Das ist die größte Elemente. Das ist nicht so, man macht heute, man macht morgen und mein Morgen. Herr Ojezi, seit 60 Jahren machen Sie es immer gleich. Er ist ein bisschen schräg, aber ich weiß nicht genau, welche Seite, aber die 48 geht für ihn nochmal. Nein, die Seite macht nichts, aber so oder so. Aber wieso bis hier? Warum ist das so? Vielen Dank.